Hey Leute, der Werkvertrag, den ihr unterschreiben sollt, ist wichtiger, als man erst mal denken würde. Und heute erfahrt ihr, wie ihr wirklich den Vertrag so verhandeln könnt, damit es für euch positiv ist und nicht nur positiv für die Baufirma. Und zum Vertrag gehört noch viel, viel mehr als nur die Vertragsbedingungen, also wie Zahlungsplan, Festpreisbindung und so weiter, sondern alles wird Bestandteil des Vertrages. Und darauf gehen wir heute mal genauer ein, damit ihr wirklich versteht, was ihr da eigentlich unterschreibt. Und heute haben wir euch mal wieder eine sehr, sehr wichtige Folge zusammengestellt, nämlich es geht um den Werkvertrag, den ihr unterschreiben sollt, bevor ihr dann mit dem Anbieter weitermachen könnt und das Haus bauen könnt. Genau, kann auch nur Vertrag oder nur Vertrag heißen oder nur Hausvertrag oder Verbraucherbauvertrag. Hat jede Firma eine eigene Formulierung, da müsst ihr genau gucken, wie es formuliert ist, weil manchmal baut man nach BGB oder nach VUB, da gehen wir aber später im anderen Video noch drauf ein. Genau. Und das Wichtige ist, dass man kann jetzt hier nicht mit einem Video im Prinzip das gesamte Thema Werkvertrag, auf was ihr da alles aufpassen müsst, erschlagen. Das geht halt nicht. Aber es ist ja wirklich sehr, sehr wichtig, was nicht in dem Werkvertrag zum Beispiel drin steht. Und welche Punkte ihr wirklich auf dem Schirm haben solltet. Und wir können euch heute mal fünf von bestimmt 30 oder fast 40 Punkten an die Hand geben, auf die ihr wirklich aufpassen könnt. Natürlich gibt es, wie gesagt, immer noch sehr viel mehr und jeder Werkvertrag ist anders. Bei kleinen Firmen gibt es andere Themen als bei sehr großen Firmen. Das ist immer sehr, sehr vom Anbieter abhängig. Aber wir wollen euch heute mal fünf allgemeine Themen an die Hand geben, womit ihr so ein bisschen besseren Überblick bekommt. Und dann ist es halt wirklich wichtig, dass ihr trotzdem jeden Werkvertrag, den ihr vorliegen habt, auch wirklich im Einzelnen prüft. Genau. Wichtige Zusatzinfo noch dazu. Wir machen keine Rechtsberatung, auch wenn das den Eindruck erwecken könnte. Wir gucken aber mit der kaufmännischen Brille drauf. Also die Wahrheit ist, da draußen gibt es 500 Hausbaufirmen, die haben 500 verschiedene Verträge. Die wurden aber auch schon hundertmal von irgendwelchen Anwälten geprüft für irgendwelche Bauherren, die dann eine Bezahlungsbereitschaft werden. Das heißt, meistens, es gibt natürlich auch immer ein paar Ausnahmen, die wir jetzt aber hier nicht nennen, ist es dann so, dass der Vertrag rechtlich tatsächlich in Ordnung ist, aber eben kaufmännisch noch nicht. Und wie der Flor das so schön gesagt hat, ich möchte das nochmal wiederholen, weil es eine der wichtigsten Botschaften überhaupt heute ist, entscheidend ist, was nicht im Vertrag drinsteht. Warum? Wenn etwas im Vertrag nicht drinsteht, habt ihr da auch keinen Anspruch drauf. Das heißt, im Angebot kann vielleicht drinstehen, ihr habt Holz-Alu-Fenster, im Vertrag steht es nicht drin. Also habt ihr wahrscheinlich, wenn es im Kleingedruckten, je nachdem wie das ausformuliert ist, habt ihr da keinen Anspruch drauf, sondern dann kommt das Thema erst in der Bemusterung nochmal hoch. Aber wie gesagt, das sind so viele Punkte, da könnte man einen ganzen Abend füllen. Deswegen haben wir uns jetzt mal die Top, oder nicht die Top-Punkte, aber mal einige Punkte, die spannend und interessant sind, rausgepickt. Und zeigen euch einfach mal auf, was steht nicht in dem Vertrag drin, den ihr unterschreiben sollt. Was solltet ihr fordern und wie geht man damit um, wenn vielleicht die Hausbaufirma sogar sagt, kein Problem, schreiben wir gerne mit rein. Weil auch dann ist es immer noch nicht perfekt. Genau. Und auch noch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, man könnte jetzt ja sagen, was haben jetzt die Holz-Alu-Fenster, die ja mehr Teil der Leistung sind oder des Angebotes, mit dem Vertrag zu tun. Das hängt aber beides zusammen, weil das Angebot nachher auch Vertragsbestandteil wird und im Vertrag auch geregelt ist, welche Rangfolge haben denn die Dokumente zum Beispiel. Und dann gibt es die Pläne, dann gibt es das Angebot, da gibt es die Baubeschreibung, da gibt es die Vertragsbedingungen, da gibt es das BGB. Und diese ganzen Themen müssen nachher alle wieder zusammenkommen, beziehungsweise daraus kann man dann nachher lesen, worauf ihr wirklich Anspruch habt und worauf nicht. Und das sind halt genau diese Punkte. Genau. So, jetzt gehen wir mal rein. Und Thema Nummer eins, was ihr wirklich unbedingt machen solltet, sind Rücktrittsrechte festlegen. Und der Teufel steckt hier wirklich im Detail, nämlich wie diese Rücktrittsrechte formuliert sind. Genau. Also es gibt, sage ich mal, von eins bis zehn gibt es Rücktrittsrechte da draußen, die man ziehen kann als Bauherr oder die man verlangen kann, die logischerweise keine Hausbaufirma direkt mit in den Vertrag reinschreibt. Warum soll ich das auch tun? Dann kommen viele Bauern auf die Idee, so ein Rücktrittsrecht dann ja auch nutzen zu wollen, wenn denn irgendwas wäre. Logischerweise hat eine Hausbaufirma großes Interesse, wenn ihr einen Vertrag unterschreibt, dass er dann auch gültig ist. Und wenn er dann auch gültig ist, also wenn die Widerrufsfrist abgelaufen ist nach zwei Wochen, seid ihr dann auch schadensersatzpflichtig. Laut BGB, wie gesagt, ist keine Rechtsberatung, aber man hat das schon mal gelesen, seid ihr dann verpflichtet, fünf bis zehn Prozent Schadensersatz zu zahlen an die Hausbaufirma. Gibt jetzt wieder gute Firmen, aber wir nennen wie immer keine Firmen, auch wenn es mal gut ist, die verzichten auf den Schadensersatz. Da könnt ihr jederzeit vom Vertrag zurücktreten, weil die sagen, okay, wir haben ja bis jetzt noch keine Leistung erbracht, ihr steht noch ganz am Anfang, ihr habt noch keine Bemusterung gemacht, wir haben noch keine Werkplanung erstellt und es ist noch kein Haus aufgebaut. Gibt aber auch Firmen, die haben das zu einem Geschäftsmodell entwickelt, also da treffen euch die zehn Prozent auf jeden Fall. Und gerade da ist es dann umso wichtiger, da auf jeden Fall auf Rücktrittsrechte zu achten. Und wenn man jetzt mal eins von den zehn Rücktrittsrechten nimmt, die es gibt, es macht auch nicht Sinn, in jeden Vertrag alle zehn Rücktrittsrechte reinzuschreiben. Warum? Dann wird der Vertrag zu kompliziert. Ihr müsst uns jedes Mal auch wieder bestätigen, dieses Rücktrittsrecht ist aufgehoben, das ist wieder aufgehoben, dann geht das wieder hin und her, muss bestätigt werden per Einschreiben oder im schlimmsten Fall noch vom Notar. Also das ist ein Riesenaufwand, deswegen erstmal Tipp Nummer eins, zieht nur die Rücktrittsrechte, die ihr wirklich braucht, die findet ihr auch gerne raus, wenn ihr mal einen Flow anschreibt im Interview. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, weil wir schon so viel drumherum gesprochen haben, es gibt zum Beispiel ein Rücktrittsrecht, das heißt Rücktrittsrecht bis zur Finanzierungsbestätigung. Ist aktuell das Superspannendste, weil die Zinsen so stark gestiegen sind und viele Bauern dann nicht finanzierbar sind oder nicht werden, das heißt man hat vielleicht schon den Vertrag unterschrieben, geht dann zu seiner Bank, die sagen, ja die Zinsen sind aber nochmal um einen Prozent gestiegen, auf einmal stellt man fest, die Rate kann ich mir gar nicht mehr leisten. Jetzt habt ihr einen Vertrag unterschrieben, der ist schon rechtsgültig, die Widerrufsfrist ist vorbei, so und damit seid ihr schadensersatzpflichtig. Und müsst dann fünf bis zehn Prozent der Haussumme, die ihr unterschrieben habt, an die Hausbaufirma abdrücken. Also das kann dann, wenn ihr jetzt ein Haus für eine halbe Million bauen würdet, liegt das also dann zwischen 25.000 und 50.000 Euro, wo die Firma dann recht drauf hätte, das zu bekommen. Und wenn es dort vor Gericht geht, bekommt die auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich recht, außer es würde noch woanders was im Argen liegen. Also müsst ihr als Bauern euch davor schützen, das heißt ihr müsst verlangen, dass ihr ein Rücktrittsrecht bekommt. Und da gibt es jetzt eben leider wieder die Firmen, die das zum Geschäftsmodell entwickelt haben, die ziehen dann ein Rücktrittsrecht aus der Schublade und sagen dann, oder wiegen euch in Sicherheit und sagen, Ey, lieber Bauherr, du bist aber ganz schön smart. Natürlich haben wir hier ein Rücktrittsrecht bis zur Finanzierungsbestätigung. Gut, dass du danach fragst, ich hätte das sowieso noch in die Hand gedrückt. Und dann steht in diesem Rücktrittsrecht drin, dass ihr zwar vom Vertrag zurücktreten könnt, wenn ihr keine Finanzierung bekommt, aber die Hausbaufirma hat im Satz drunter, und das unterschreibt ihr mit reingeschrieben, dass die Hausbaufirma das Recht hat, zu prüfen, ob ihr finanzierbar seid. Und zwar bei der eigenen Hausbank der Hausbaufirma. Und wenn die Hausbankfirma bestätigt, ihr wärt finanzierbar, auch wenn ihr sechs oder sieben Prozent Zinsen zahlen müsstet, weil ihr vielleicht eine schlechte Bonität hättet. Oder die Zinsen noch weiter gestiegen werden oder was auch immer. Dann seid ihr finanzierbar und damit ist der Vertrag auch wieder rechtsgültig. Also in dem Rücktrittsrecht steht nicht drin, ihr könnt zurücktreten, wenn die Zinsen höher als fünf Prozent wären. Sondern steht nur drin, ihr könnt zurücktreten, wenn ihr nicht finanzierbar seid. Aber die Hausbank, der Hausbaufirma hat nochmal das Recht, das zu prüfen. Deswegen seht ihr, das ist ein unglaublich sensibles Feld. Und wir kommen zum Schluss des Videos bestimmt nochmal drauf. Wir haben ja die Vertragsoptimierung, wo wir mit euch im Detail darüber sprechen. Aber das wäre jetzt mal eine Sache, die nicht im Vertrag steht, was man nicht weiß. Und wenn ihr das dann selber prüfen würdet und ihr habt da keine Ahnung von, könnt ihr auch nicht danach fragen. Also ihr seht, diese Vertragsoptimierung ist ein ganz großer Bonus für jeden Bauherrn. Und das war jetzt mal ein Beispiel zum Thema Rücktrittsrechte. Genau. Muss auch nicht so formuliert sein. Also ihr könnt euch leider auch nicht in Sicherheit wiegen, wenn jetzt da nicht drin steht, explizit die Baufirma darf nochmal über ihre eigene Hausbank die Finanzierbarkeit prüfen. Es kann auch drinstehen, dass, weiß ich nicht, ihr bei oder die Ablehnungsbestätigung von drei verschiedenen Banken bringen müsst oder sowas. Also ihr müsst wirklich immer gucken, wie ist es genau formuliert. Was sind da die Hindernisse, was sind die Hürden, die ihr wirklich erbringen müsst. Auch aufpassen, ob da irgendwelche Enddaten drinstehen. Also dass ihr bis zum 31.12. das bringen müsst. Und alles, was danach kommt, ist dann nicht mehr gültig oder sowas. Also das ist, glaube ich, gerade, wie du es gesagt hast, weil die Zinsen halt gerade so stark schwanken, das wichtigste Rücktrittsrecht, das ihr aktuell haben könnt. Genau. Gerade top aktuell. Gibt aber natürlich auch andere Rücktrittsrechte. Wie gesagt, das würde in den Rahmen sprengen. Wir wollen euch also jetzt nicht eine Stunde damit langweilen. Kommt selbst gar nicht so viel Zeit heute. Aber wäre schon mal ein Punkt von fünf, den wir euch heute präsentieren wollten. Also prüft auf jeden Fall Dinge, die nicht im Vertrag drinstehen. Beziehungsweise lasst sie prüfen, wenn ihr selbst nicht Anwälte seid oder aus dem Vertragsrecht kommt. Genau. Jetzt haben wir, das ist eigentlich mein Punkt Nummer drei, aber wir machen den jetzt, weil es jetzt gerade reinpasst, nämlich das Thema Kündigung. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Schadensersatz zwischen fünf und zehn Prozent, wenn man kündigt, das unterschreibt ihr dann erst mal so. Und jetzt ist es aber so, dass in manchen Verträgen, sieht man oftmals bei kleineren Baufirmen, dass gar nicht geregelt ist, was passiert, wenn man kündigen würde. Und auch dann zählt geltendes Recht. Und weil es im BGB drinsteht, zahlt ihr auch fünf bis zehn Prozent. Das heißt, manche Firmen haben immerhin noch eine Klausel drin, da steht Schadensersatz. Für den Fall, dass ihr zurücktretet, kostet euch das fünf, acht oder zehn Prozent, je nachdem, was die Firma veranschlagt. Aber wenn es gar nicht drinsteht, müsst ihr es trotzdem zahlen. Also nur weil es nicht Vertragsbestandteil ist, heißt das nicht, dass dann das Recht damit ausgesetzt wäre. Genau. Also kann man sich jetzt nicht freuen, oh, da ist ja von gar keinem Schadensersatz die Rede oder so was, sondern rechtlich gesehen gibt es immer einen Schadensersatz, wenn ihr von einem gültigen Vertrag zurücktretet. Exakt. Und da müsst ihr auch wirklich gucken, das ist auch noch so eine trickreiche Sache bei Rücktrittsrechten, habe ich auch schon ganz oft gesehen, wenn Rücktrittsrechte schon im Vertrag automatisch mit drinstehen, dann sind es teilweise auch gar keine kostenlosen Rücktrittsrechte, sondern da steht nur drin, wenn die Finanzierung nicht funktioniert, könnt ihr zurücktreten. Es gelten dann die Bestimmungen des BGB zum Beispiel. Also auch dann ist wieder Schadensersatz. Und dann seid ihr auch wieder Schadensersatz. Ihr denkt also, ihr bekommt ein Rücktrittsrecht, stimmt aber am Ende gar nicht, dass es kostenfrei ist, sondern ihr habt trotzdem wieder Schadensersätze zu zahlen. Und das ist so ein bisschen, also da muss man wirklich in jedem Vertrag auf die exakte Formulierung achten. Genau. Oder halt darauf achten, steht überhaupt was drin, ja oder nein. Genau. Und für den Fall, dass ihr da eine gute Lösung haben möchtet oder möchtet auf der sicheren Seite sein, haben wir es ja schon angesprochen, schaut mal bei uns im Shop vorbei. Da haben wir unter anderem die Vertragsoptimierung, wo wir genau die Dinge mit euch besprechen und das Team von Flo dann reinschaut und guckt, okay, was fehlt eigentlich da drin und wo sollte man noch darauf achten und wie formuliert man das am besten? Genau. Also das ist schon mal ein so ganz berühmter Punkt, der nicht drinsteht, aber trotzdem für euch problematisch werden kann, wenn er nicht drinsteht. Okay. Das heißt, wir hatten jetzt Punkt 1 waren jetzt die Rücktrittsrechte, Punkt 2 war die Kündigung, der eigentlich Punkt 3 war und dann kommt jetzt Punkt 2 als Punkt 3. Unser Punkt 3, nämlich der Zahlungsplan. Und der Zahlungsplan, der wird immer drin sein, also in jedem Angebot, in jedem Vertrag wird es einen Zahlungsplan geben in der Regel, falls der fehlen sollte, stimmt irgendwas nicht, weil ihr müsst ja wissen, bezahle ich die Summe gleich, bezahle ich die Summe am Ende, bezahle ich die Summe nach Baufortschritt, wäre ja sehr, sehr wichtig, weil es um sehr viel Geld geht und unter Umständen bezahlt ihr dann schon was, wo noch überhaupt keine Leistung dagegen steht. Und deswegen, einen Zahlungsplan wird es meistens geben, aber der Zahlungsplan wird auch immer erst mal positiv für die Baufirma ausgelegt sein. Absolut. Also gerne viel vorab, eine hohe Anzahlung, bevor irgendwas passiert ist, das meiste eigentlich dann bei Rohbau, Fertigstellung und dann nach hinten raus relativ wenig, sodass das Druckmittel dann einfach nicht so wirklich da ist. Genau. Und auch da ist es so, natürlich gibt es auch da gesetzliche Vorgaben und so muss zum Beispiel die letzte Rate 10% sein, aber auch da gibt es dann wieder Massivhaus, also auch Fertighausfirmen, die versuchen ein bisschen zu tricksen und gönnen sich am Anfang vielleicht eine Anzahlung, die ihr erst mal leisten müsst, die dann mit der letzten Zahlungsrate verrechnet werden. Also mal angenommen, ganz einfach, jetzt machen wir es ganz einfach und ganz platt und pauschal, ihr müsstet 10% anzahlen, das wird mit der letzten Rate verrechnet. Eure letzte Rate wäre eigentlich 10%, die ihr noch bei der Hausübergabe auf eurem Konto hättet. Das heißt, ihr habt dann noch 0 Euro, wenn die Hausübergabe stattfindet. Das heißt, ihr könntet auch nichts mehr einbehalten, wenn noch irgendwelche Mängel wären oder die Heizung noch nicht funktioniert oder das Wasser noch nicht läuft, ihr müsst aber einziehen, Wohnung gekündigt und so weiter. Also ihr hättet dann gar kein Druckmittel mehr. Das heißt, auch ein Teil unserer Leistung von der Vertragsoptimierung ist, mit euch über den Zahlungsplan zu sprechen, a, den zu prüfen, wie sind die Zahlungsschritte und im besten Fall den auch so zu gestalten, dass man den eigentlich nicht akzeptiert, wie er da ist. Da noch eine Anmerkung, bei ganz großen Firmen ist das übrigens super schwierig, dass die von ihrem Standard abweichen, weil die nicht tausend Verträge individuell verhandeln können. Da ist es dann so, dass man relativ wenig Chancen hätte, die Zahlungsschritte zu verhandeln, aber wir würden euch dann unterstützen und dabei aufzeigen, wo tut es der Hausbaufirma vielleicht auch nicht weh und gibt es vielleicht sogar Anbieter. Das wäre noch für die Bauern, für die wenigen, die noch ganz am Anfang sind, die uns jetzt relativ früh entdeckt hätten. Es gibt auch Firmen, die können wir euch auch nennen, wo es zum Beispiel möglich ist, die letzte Zahlungsrate auf 12 oder 15 Prozent sogar zu verhandeln und ohne Anzahlung. Also weil es halt wirklich Firmen da draußen gibt, die sagen, wir stehen zu unserem Produkt, wir sind so gut und das funktioniert alles so ideals und ihr könnt davon ausgehen, wir sind solvent, wir gehen nicht pleite, bei uns funktioniert alles. Gar kein Problem, lieber Bauer, du kriegst auch 12 Prozent oder 15 Prozent. Trotzdem schenkt das natürlich keiner freiwillig her. Also wenn ihr dann später beim Verkäufer im Musterhaus sitzt, warum sollte er das machen und die Firma benachteiligen, sondern auch das würde er nur machen, wenn ihr ihn darauf anspricht. Und da muss man wieder gucken, wie macht man das am geschicktesten, wo zwackt man die zwei oder die fünf Prozent zusätzlich ab und auch da würde das Team von Flo euch sehr gerne unterstützen. Genau. Und das wirklich Wichtige dann wieder beim Zahlungsplan ist halt, der sieht erst mal positiv aus und der Verkäufer weiß ja auch wieder oder die Baufirma ist ja völlig egal, ob ihr da auch mit dem Geschäftsführer sprecht oder mit wem auch immer. Derjenige wird es euch ganz gut verkaufen können zu sagen, schaut mal hier, da habt ihr auch die 10 Prozent Schlussrate, das passt. Aber auch was dazwischen liegt, ist sehr, sehr wichtig. Ob ihr schon das Haus zu 80 Prozent bezahlt habt, wenn der Rohbau steht zum Beispiel, oder ob ihr da erst 50, 60 Prozent bezahlt habt. Das macht einen großen Unterschied für den Bauablauf später. Und deswegen ist es ein sehr wichtiger Punkt, auch am Zahlungsplan anzusetzen. Und da gibt es eigentlich, egal bei den ganz großen Massenanbietern, wie auch bei den ganz kleinen Zimmerreihen, örtlichen Betrieben, gibt es viele, viele Dinge, die man beim Zahlungsplan optimieren sollte, weil davon die Baustelle einfach maßgeblich abhängt. Es ist der beste Weg, wirklich so einen natürlichen Zug in die Baustelle zu bringen, wenn man den Zahlungsplan verändert. Ist ja auch schon gut, wenn der Bauleiter weiß, bei den Bauern ist ein bisschen mehr zu holen, da müssen wir ein bisschen mehr aufpassen, weil der hat eine ganz andere Power, wie die anderen Bauern, die vielleicht schon vorab alles bar bezahlt hätten. Auch wieder überspitzt dargestellt. Und noch eine wichtige Zusatzinfo dazu. Wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich jetzt nochmal so 5 von 50 Punkten mal rausarbeiten, aber weil es so wichtig ist, möchte ich es trotzdem noch eine Sache ergänzen. Es gibt auch Hausbaufirmen da draußen, die dann sagen, wir sind so super und bei uns ist alles so sensationell, du zahlst 100 Prozent erst, wenn das Haus übergeben wurde. Auf gar keinen Fall machen oder wegen mir auch dann eine ganz hohe Schlussrate, wenn die damit in die Werbung gehen und sagen, das könnt ihr gerne machen. Dann vergessen die aber einen Detail zu erwähnen. Die bauen ja nicht einfach das Haus auf euer Grundstück, weil alles, was auf eurem Grundstück verbaut ist, gehört dann euch erst mal. Das ist rechtlich auch so. Die schenken ja nicht einfach so ein Haus her, weil wenn dann 10 Bauherrn sagen würden, das ist jetzt mein Haus und ich zahle einfach nicht oder ich gucke mal, wie lange die Firma das aushält, dann wird die Firma ja den Bach untergehen. Also schützen die sich und das verraten wir euch dann aber erst hinterher. Die hätten dann gerne eine Bankbürgschaft von euch. Meistens müsst ihr auch noch eine Abtretungserklärung machen. Das heißt, ihr müsst nachweisen mit der Bank, hier ist die Summe, ich kriege das alles komplett finanziert. Und ab dann hat dann der Hausanbieter den Drücker praktisch drauf. Und er kann dann der Hausbank sagen, so, wir haben jetzt folgende Leistung erfüllt. Also wir haben die Hausübergabe jetzt abgeschlossen. Ab jetzt kriegen wir 100 Prozent. Und vielleicht sind die 100 Prozent noch gar nicht geliefert, weil vielleicht, weiß ich nicht, die Fliesen noch nicht geliefert werden konnten. Oder die Sanitärausstattung, das Haus ist noch nicht funktionsfähig. Gerade haben wir das Problem mit den Wärmepumpen, dass die relativ knapp sind. Jetzt habt ihr im Winter gebaut, ist keine Heizungsanlage da. Ihr müsst aber einziehen, weil die Wohnung gekündigt ist, weil ihr auch keine doppelte Belastung wollt. Und die Firma kriegt 100 Prozent. Dann könnt ihr euch vorstellen, wann die kommt oder was die für eine Motivation hat, wenn die eh schon komplett bezahlt wurde. Die fährt logischerweise erstmal dahin, wo vielleicht noch einer, die Heizung, die noch fehlt, dann auch das Geld noch überweist. Das ist vollkommen klar. Also ihr könnt euch einen Vorteil verschaffen, wenn ihr noch ein großes Budget auf Seite habt. Genau. Also es sieht erstmal sehr positiv aus, wenn man noch 80, 90, 100 Prozent am Ende bezahlen kann. Aber da kommt es auch wieder sehr auf die Details an. Es kommen auf jeden Fall Mehrkosten durch eine Bankbürgschaft über die komplette Summe auf euch zu. Das sind auch schnell 5.000 bis 10.000 Euro, je nach Gebühr, die ihr bei der Bank bezahlt. Und das sind alles Dinge, die man reinrechnen muss. Also eigentlich ist ein Zahlungsplan, der wirklich sauber nach Baufortschritt funktioniert, mit dann eben noch ein bisschen mehr Power für euch hinten raus, bei der Hausabnahme, ist eigentlich ideal. Da fahrt ihr von den Kosten und von der Sicherheit her am besten. Und dieses erstmal gefühlte, ich bezahle alles am Ende, fühlt sich ein bisschen besser an, ist aber eigentlich ein Topschluss. Genau, eine vermeintliche Sicherheit, also eigentlich ein Marketing-Tool. Ist ein Marketing-Tool am Ende, ja. Genau. So, dann. Punkt Nummer 4. Oh ja, Regelung der Eigenleistungen. Ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch immer relevanter wird. Also ich glaube, ich hatte im letzten Monat bestimmt 20, 25 Bauherren, mit denen ich gesprochen habe, die schon in der Phase waren, nachdem sie bei einer Baufirma unterschrieben hatten, aber jetzt gemerkt haben, puh, mit den Zinsen, mit Kosten, die drumherum teurer werden, Erdarbeiten und sowas werden ja auch teurer, weil Energiekosten steigen. Wir müssen beim Haus ein paar Dinge noch selber machen. Oder wir müssen sie rausnehmen, aus dem schlüsselfertigen Umfang und dann eben mit einem Handwerker vor Ort machen. Genau. So. Und jetzt ist es aber wichtig, dass vertraglich festgelegt ist, wie diese Eigenleistungen in den Zeitplanen der Baufirma passen. Also haben wir auch schon oft erlebt. Da kriegt man dann später bei der Bemusterung oder auch erst nach der Bemusterung ein Schreiben. Das müsst ihr dann auch sofort unterschreiben, wo dann drin steht, euer Elektriker hat zum Beispiel zwei Wochen Zeit für die Ausführung der Elektroarbeiten. Und wenn er diese zwei Wochen nicht schafft, dann habt ihr schon wieder eine Frist gerissen. Das heißt, die Baufirma kann sich dann sehr viel Zeit lassen. Genau. Und dann auch wieder Worst Case, was relativ oft vorkommt. Also eigentlich ist es gar kein Worst Case, sondern ein Often Case. Oder also ein häufiger Fall, der dann auftritt. Normalfall. Könnte ja sein, den Elektriker, den ihr habt, der hat auch eine andere Baustelle, der hat gerade Corona, ist krank, fällt aus, ist in Urlaub. Und sobald die erste Frist gerissen ist, muss sich die Firma auch nicht mehr an die Festpreisgarantie halten. Warum? Die kann euch jetzt immer sagen, wir haben euch eine Frist gesetzt, in der ihr die Elektroarbeiten machen müsst. Alle anderen Gewerke hatten wir schon vorbereitet und eingetaktet. Also wenn jetzt nach dem Elektriker kommt dann zum Beispiel der Maler oder der Putzer, der dann wieder von der Hausbaufirma kommt. So, und es ist ja nicht so, dass er dann einfach eine Woche später kommt, weil euer Elektriker eine Woche länger braucht, sondern die Hausbaufirma, die Fertighausfirma lebt davon, dass er Vorplanung macht und schnell ist. Der Maler und der Putzer, die sind dann für die nächsten vier oder acht Wochen, sind die ja schon auf anderen Baustellen eingeteilt, wo die hin müssen. Ist auch nicht nur im Fertighausbereich so, sondern eigentlich im Fertighausbereich. Im Massivhausbau genauso, richtig. So, und dann kommen die logischerweise nicht zu euch. Und dann dauert euer Bauvorhaben schon mal vier oder also zwei Monate länger, vier bis acht Wochen und ihr rutscht automatisch aus der Festpreisgarantie. Und ihr seid auch noch dran schuld, weil ihr die Frist gerissen habt. Also wird die Hausbaufirma sagen, wir hatten letztes Jahr eine Preissteigerung gehabt, sagen wir jetzt mal zehn Prozent. Und dann kann es sein, dass die Firma euch dann auch nochmal zehn Prozent abverlangt, weil eben ihr nicht mehr in der Festpreisgarantie drin seid. Je nachdem, wie eben auch das Thema Festpreis wieder geregelt ist. Genau. Da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf. Aber es ist wirklich super wichtig, dass ihr die Eigenleistung festlegt und diese Rahmenbedingungen dafür, also wie viel Zeit und auch, und das habe ich auch schon in Verträgen gelesen, werden zum Beispiel Pauschalen angesetzt, wenn ihr etwas rausnehmt. Weil die Firma ja trotzdem, die haben jetzt mit euch trotzdem die Bemusterung gemacht und da muss man ja trotzdem einen Elektroplan erstellen, damit man schon mal weiß, wo kommen Leerrohre und sowas hin. Das heißt, ihr werdet die Elektroarbeiten jetzt mal als Beispiel nicht komplett erstattet bekommen, sondern da wird immer noch ein kleiner Anteil an pauschaler Planungsleistung mit drin sein, den ihr trotzdem bezahlen müsst. Und das wäre natürlich gut, vorher zu wissen. Absolut. Also das sind alles so Punkte, die ihr auf jeden Fall festlegen solltet, damit ihr halt wirklich, wenn ihr dann noch Eigenleistung ausführen wollt oder später Gewerke rausnehmen wollt, keine bösen Überraschungen habt. Exakt. So, Punkt Nummer 5 ist das Thema Gerüst. Weil auch bei den Fertighausfirmen, wie auch bei vielen Steinbaufirmen, Generalunternehmern, ist ja auch die Baustelleneinrichtung, dann Gerüst, Kran, Bau-WC, Müllentsorgung und sowas, in der Regel mit dabei, aber auch wieder nur in einem gewissen Umfang. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in Hanglage baut oder ein Grundstück mit einem gewissen Gefälle habt, dann braucht ihr auch für diesen Teil, wo der Keller dann freistehend wäre, mehr Gerüst. Und dieses mehr Gerüst ist aber dann wieder nicht dabei. Genau. Und das steht wieder nicht dabei. Es steht nur drin, dass das Gerüst zum Beispiel bis 30 Zentimeter unter Oberkante Kellerdecke mit dabei ist. Wenn ihr das aber mal umrechnet, dann merkt ihr schnell, ah, okay, da brauchen wir wieder ein bisschen mehr. Und dadurch, dass ihr das so spät wieder im Prozess dann erst erfahrt, sowas kommt meistens dann erst beim Bauanlaufgespräch in der Regel auf den Tisch. Dann kommt der Bauleiter auf euer Grundstück und sagt, Mensch, hier haben wir ja eine Hanglage. Oder noch schlimmer, die Baustelle ist gelaufen, ist Gerüst, wird abgebaut. Die Gerüstfirma, also keine Hausbaufirma hat einen eigenen Gerüstbau angestellt und bringt überall ein Gerüst mit, sondern die mieten das sozusagen. Und dann wird das Gerüst abgebaut. Dann kommt der Gerüstbauer, schreibt an die Hausbaufirma die Rechnung. Die Hausbaufirma übernimmt die ersten 3.000 Euro, die anderen 2.000 Euro fürs Gerüst, was aber da dann noch stand, wird dann auf euch umgelegt. Und dann habt ihr schon gerade das Haus gebaut, also die Kosten sind schon alle gestiegen. Man muss schon gucken, dass es irgendwo funktioniert. Man hat schon bemustert, dann kommt noch gleichzeitig die Rechnung vom Finanzamt und die Gemeinde will auch noch was. Also überall kommen Kosten auf einmal und dann kriegt ihr da so eine Rechnung aufgelegt von 2.000 Euro auf den Tisch und ist super ärgerlich und nervt eigentlich. Vielleicht habt ihr davor gar nicht damit gerechnet, habt schon noch mal doch gedacht, oh, jetzt können wir noch mal die bessere Sanitärausstattung nehmen oder keine Ahnung. Und dann kommen solche Kosten hinten raus natürlich immer sehr schmerzlich auf einen zu. Und deswegen schaut da wirklich, was ist bei euch festgelegt. Wenn gar nichts festgelegt ist, solltet ihr aber trotzdem noch schauen, wenn ihr ein Grundstück mit Gefälle habt, dass es sauber aufgenommen wird, dass das Gerüst dafür auch passend dann kalkuliert ist. Dass es komplett inklusiv ist, genau. Gibt auch, um da vielleicht auch noch mal einen draufzusetzen, gibt auch Firmen, die schreiben zum Beispiel rein, für den Fall, dass ein Gerüst notwendig ist, hat die Kosten der Bauherz zu tragen. Man kann ja gar nicht ohne Gerüst bauen, außer das Haus wäre nur einen Meter hoch. Und da merkt man schon, auch da wäre es dann so, dann kriegt ihr halt nicht eine Rechnung über 2.000 Euro, wenn das Gerüst später abgebaut wird, also nächstes Jahr, wenn dann die Bauphase losgeht, sondern dann kriegt das dann eine Rechnung über 4.000 oder 5.000 Euro. Und dann tut es dann richtig weh. Und deswegen noch mal hier der Hinweis, diese Vertragsoptimierung Es gibt auch so Kleinigkeiten, wie das Gerüst ist nur für vier Wochen zum Beispiel dabei. Das ist auch wieder bei so kleineren Anbietern meistens der Fall. Da muss man dann gucken, vier Wochen werden meistens auch schon relativ eng dafür. Vor allem, wenn dann zum Beispiel eine Winterbaustelle ist und der Außenputz kann noch nicht aufgebracht werden, dann muss ja noch mal ein Gerüst gestellt werden. Also da ist dann auch immer wahrscheinlich, dass ihr auf jeden Fall noch mal mehr Kosten tragen müsst. Und da wäre es immer gut, wenn man schon direkt festlegt, wie hoch sind diese Kosten und am besten das Gerüst halt pauschal verhandeln. Vielleicht mit einem kleinen Aufpreis, aber dann habt ihr es einfach pauschal und müsst euch hinterher keine Gedanken mehr drüber machen. Genau, das ist das Allerleichteste. Genau. Jetzt haben wir noch einen Bonuspunkt für euch und das ist die Festpreisbindung. Festpreisbindung, auch super wichtig. Könnte man noch mal ein eigenes Video dazu machen. Aber was ich jetzt hier mal hinweisen möchte, mal die Festpreisbindung an sich, wie lang die ist und wie lang die sein sollte und sowas mal außen vor gelassen. Es sollte aber im Vertrag auch geregelt sein, was passiert, nachdem die Festpreisbindung abgelaufen ist. Und das ist auch in den wenigsten Verträgen wirklich drin, dass man wirklich eine klare Vorgehensweise hat, wie hoch eine Preiserhöhung nach der Festpreisbindung ausfallen kann. Und das sollte unbedingt vereinbart werden, weil das kann nachher wirklich den Unterschied machen zwischen vielleicht einer Erhöhung von 3%, was dann vielleicht 10.000 Euro oder 15.000 Euro ausmacht und wirklich eine Erhöhung um 15 oder sogar 20%. Weil wir hatten halt in den letzten anderthalb Jahren so circa 30% Baukostensteigerung. Genau, dann kann es zum Beispiel sein, dass die Firma sagt, wir koppeln die Preisanpassungen an den Baupreisindex und wenn der dann exorbitant gestiegen ist, dann steigt auch für euch exorbitant dann noch die Nachtragsrechnung, die ihr dann bekommt und müsst dann auch wieder nachfinanzieren. Und auch nicht täuschen lassen, es gibt auch Firmen, die haben das vor im Vertrag schon geregelt und kommuniziert, da steht drin, pro angefangenen Monat zahlt ihr 0,2% des Hauspreises oder 0,3%. Auch das muss man nicht so hinnehmen, sondern auch das sind Positionen, die kann man, wenn man mit der richtigen Firma baut, auch individuell verhandeln. Also man kann ja auch sagen, wir haben Interesse daran, dass wir schnell in unser Haus kommen, ihr habt aber auch Interesse daran, dass das alles schnell auf und abgebaut oder schnell aufgebaut wird, nicht abgebaut, dass das alles schnell funktioniert und wenn jetzt irgendwelche Risiken entstehen, weil zum Beispiel schlechtes Wetter ist, wollen wir als Bauherr nicht alleine das Risiko tragen, wenn sich das verzögert, weil wir das auch nicht einsehen, dass wir für schlechte Wetter schuld sein sollen. Man kann natürlich auch verstehen, dass die Hausbaufirma da auch nicht dran schuld sein möchte. Was kann die Hausbaufirma dafür, wenn ihr ein schwieriges Grundstück habt, wenn es besonders lange friert oder schneit oder man den Keller nicht ausheben könnte und deswegen sollte man sich das Risiko vielleicht teilen. Das wäre eigentlich die fährste Option, dass man sagt, okay, wo keiner was für kann, schuldern wir das Risiko gemeinsam und dann könnt ihr eben, selbst wenn im Vertrag schon was drinsteht, müsst ihr das nicht als Gott gegeben hinsehen, sondern ihr könnt dann versuchen, das zu verhandeln und auch hier hat das Team von Flo einige Erfahrungswerte, also für die meisten Firmen haben wir es mehr als hundertfach geübt, für die kleineren vielleicht ein bisschen weniger, aber wir wissen zumindest, an welchen Stellen man bei welchen Firmen was bewegen kann, also wo können wir mehr Sicherheit mit reinbringen oder halt entsprechende Fristen dann auch zu euren Gunsten verhandeln, weil die Firma sagt, okay, hätten wir es freiwillig nicht hergegeben, aber wenn ihr es ansprecht, alles klar, dann finden wir da eine Lösung, weil wir wollen das Haus auch für euch bauen. Genau, richtig. Also das ist wirklich auch nochmal so ein wichtiger Punkt, den man echt mal nicht auf dem Schirm hat, weil es steht ja nicht drin, es ist einfach nur eine Festpreisbindung geregelt und dann denkt man sich, ja gut, in der Zeit muss ich es halt schaffen. Genau. Aber was danach passiert, ist eigentlich das, was man wirklich regeln sollte, weil darum geht es ja dann und das kann den Unterschied zwischen, wie gesagt, 10.000, 15.000 Euro oder sogar 100.000 Euro Mehrkosten ausmachen. Genau. Und noch ein kleiner Hinweis für die Bauern, die uns jetzt ganz am Anfang folgen, die mal überlegen wollen, okay, ist Hausbau überhaupt was für mich? Wir haben bei uns im Shop einen kleinen Baustellen, der kostet nur 9,90 Euro mit der Gesamtbaukostenliste. Gibt es sowohl für Fertighausbauern als auch für Massivhausbauherren. Also wir haben eine zweite Seite, die heißt hausbauexperte.net. Das ist ein bisschen mehr auf das Thema Massivhaus gemünzt, das andere ist mehr auf das Thema Fertighaus gemünzt und da zeigen wir euch auf, mit welchen Kosten ihr insgesamt eigentlich rechnen müsstet. Und wenn ihr schon einen Schritt weiter seid oder sagt, wir wollen später alles richtig machen, dann wäre halt der Angebotsvergleich und die Vertragsoptimierung der ideale Baustein für euch. Genau. Ja, das waren jetzt mal so fünf Punkte von wirklich, wie du sagst, 50, die man in so einem Vertrag prüfen kann und die mal nicht drinstehen, mal schon drinstehen, aber vielleicht noch nicht optimal formuliert und so weiter. Ihr habt jetzt gemerkt, der Teufel steckt da wirklich im Detail. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne einfach an fertighausexperte.com schrägstrich Kontakt. Da könnt ihr immer gerne mit uns Kontakt aufnehmen und dann können wir einfach mal euer Bauvorhaben besprechen und wenn ihr da einzelne Fragen habt, sind wir da auch immer gerne dafür da. Genau. Und noch ein wichtiger Punkt dazu. Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich darauf, dass wir eure Baustelle prüfen, also dass wir Keller und Bodenplatten checken, dass wir eine Rohbaukontrolle machen, eine Begehung, euch bei der Hausübergabe begleiten. Und für den Fall, dass ihr uns das Leben ein bisschen leichter machen wollt und euch auch damit selbst, ist natürlich den Flo und sein Team möglichst früh einzuspannen. Weil wenn der Flo schon dafür sorgt, dass ihr noch eine große Endsumme habt, wenn die Hausübergabe ansteht, also vielleicht mehr als 10%, nämlich 12 oder 15%. Und ihr habt da schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass ihr eine finanzielle Power habt und auch ein entsprechendes Druckmittel, umso leichter können mein Team, der es auf der Baustelle unterwegs ist und ich, können wir dafür sorgen, dass wir auch in eurem Interesse dann später die Einbehalt und Fristen und so weiter mit dem Bauleiter des Hausbauunternehmens verhandeln können, weil wir einfach nur eine finanzielle Power haben. Also es wäre allen damit geholfen, wenn man sich entsprechend gut vorbereitet. Ja, man setzt einfach schon vorne an, damit auch die Baustelle später besser läuft, weil ihr da halt einfach mehr Mittel noch in der Hand habt. Genau. So einfach ist es. Super. Dann danke fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020